Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Niki. Hallo. Ja, es gibt wieder ganz wilde Nachrichten aus Deutschland. Diesmal nicht so viel, aber ein bisschen was haben wir. Und ein bisschen was sehr erfreuliches ist auch dabei. Wir fangen an mit Kaze. Die haben ein paar Lizenzen. Natürlich zum einen Sachen, die bei Crunchyroll bereits gelaufen sind, bringen die halt jetzt auf Disc. Dragonmate, die zweite Staffel und To Her Eternity lief ja auch, glaube ich, beides sogar schon mit deutscher Synchro bei Crunchyroll. Wer das da also im Regal stehen haben will, kriegt da jetzt die Möglichkeit. Aber man bekommt jetzt auch die Möglichkeit für eine Serie, die man sich bisher in Deutschland nicht anschauen konnte, höchstens importieren konnte. Das habe ich vor einer Weile gemacht, vor ein paar Jahren mittlerweile schon. Und zwar Le Pond the Third The Woman Called Fujiko Mine. Das ist die 2012er Serie zu Le Pond the Third. 13 Episoden geschrieben von Mari Okada. Regie geführt von... Ich weiß ihren Namen nicht mehr, aber glaube ich, die gleiche Regisseurin, die das Opening von Kakegurui gemacht hat. Warte. Fujiko Mine. To the Google Cave. Ja, hier kommt Google. Warte, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Einen Moment. Ja, ja, ja. Sayo Yamamoto, genau. Das ist auch die Regisseurin von Yuri on Ice. Genau. Die hatte hier Regie geführt. Ähm, und ansonsten sind auch hier Watanabe, also Shinichiro Watanabe als Produzent. Warte, wen haben wir noch? Es gibt einige, einige Namen in dem Ding. Daisato hat ein paar Skripte geschrieben, also ein paar Episoden. Ähm. Ah, hier, Imaishi, Hiroyuki Imaishi hatte, hatte Key Animations gemacht. Koikes, Character Designs waren hier schon benutzt. Und er war Animation Director. Und er hat ja dann danach eine, äh, äh, Trilogie noch da, äh, gemacht, die da, äh, die das weiterführt, die Geschichte. Ja. Äh, oh Mann, im Endeffekt, das war der Anstoß für, ähm, den neuen, äh, so ein kleines bisschen erwachseneren Stil von Lupin the Third, ne? Ja. Ich meine, im Fernsehen war der neue Anstoß dann das, das, äh, Abenteuer in Italien, Teil 4, ne? Hm. Mhm. Mal Kampf Teil 4 nochmal raus, ein bisschen später. Also 15. Ja, 15, ja, ein paar Jahre später. Aber auf jeden Fall, das war, äh, so ziemlich das erste Mal seit vielen Jahren, dass das wieder bei mir auf dem Schirm aufgeblitzt ist. Das ist, lohnt sich auch, dass es eine ganz gute Serie ist, das. Ja, ich finde, die hat ihre Schwächen, so, vor allem gegen Ende. Aber, ähm, der Weg dahin ist ziemlich cool, ziemlich stylisch. Mhm. Und Fujiko Mine ist, äh, als Charakter auch ziemlich cool dargestellt in der Serie, als diese Femme-Vertal, die ihren Sex-Appeal definitiv zu benutzen weiß. Ja. Ja. Irgendwie ist es schon in gewisser Weise ein Relikt, ne? Ich meine, so viel massenweise von diesen Sorten von weiblichen Charakteren findest du nicht, außer irgendwie kommt es mal als übertriebene Parodie daher, ne? Äh, ja, ich würde sagen, also guck mal, weder in Anime noch in, äh, Real, in Fernsehen oder Kino ist es unbedingt so der Stand. Zumal, ja, also, keine Ahnung, mir fällt jetzt halt sowas ein, wie Red Arrow hieß das, glaube ich. Red Arrow? Ja, mit, ähm, ah, wie heißt die nochmal, die auch bei die Tribute von Panem die Hauptrolle gespielt hat. Ah, Red Sparrow meinst du. Die Lawrence. Ja. Ich find's aber, äh, ich find's aber schön. Ich hab mich damals, als die Filme lizenziert wurden, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, ähm, eigentlich drüber geärgert, dass die Serien nicht zuerst können, weil die Filme ja mehr oder weniger auf der Serie noch mit drauf aufbauen. Ähm, und ja, jetzt kommt's im Nachhinein zumindest noch, das find ich ganz schön. Endlich sind wir auch wieder auf dem neuesten Stand hier in Deutschland. Ja. Lupin, äh, Part 6 läuft ja auch in, in, in Deutschland endlich mal, äh, bei, bei Crunchy wohl läuft das seit Anfang an. Ui, 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 ui. Die Serien vorher haben wir sonst nicht im Simulcast gehabt, also, auch ganz schön. Äh, da war irgendwie eine Weile der Durststrecke, ne? Früher lief Lupin Specials auf MTV, ne? Das war eine gute Zeit. Ja. Leider, äh, äh, haben wir noch kein, kein Datum oder so, dass man dann die Fujiko-Mine nach Deutschland kommt, aber es wird passieren. Irgendwann im nächsten Jahr. Alles klar. Wunderbar. Ja. Ähm, aber wer noch nicht genug bekommt, äh, beziehungsweise wer schon mal reinschnuppern möchte in diese neue Lupin-Saga, kriegt auf Crunchyroll jetzt auch schon die Möglichkeit. Da gibt's die ersten beiden Filme der Keuke-Trilogie mittlerweile. Ähm, René hat mir noch geschrieben, dass der dritte auch noch irgendwann demnächst kommen wird. Dann kann man die bereits auf Crunchyroll schauen, sowohl im Original mit Untertiteln wie auch deutsche Synchronisation. Und was jetzt halt auch hinzugefügt wurde, sind die Garden of Sinners-Filme. Wie. Die es zumindest auf Deutsch gibt. Da fehlen nämlich, glaube ich, die letzten zwei oder so in Deutschland. Naja, diese Spezialdinger, ne? Die sind aber auch nicht so wichtig oder besonders wie die Originalserie. Also, ja, okay. Kann man gerade so überleben. Außer man ist Fan, dann kann man es nicht überleben. Dann ist man klar. Hier steht, sieben Filme sind es und ein Epilog, die es gibt. Warte mal, das müssten eigentlich doch alle sein. Doch, das müssten alle sein. Sechs Originalfilme und dann diese Epilog-Sonderepisode, die eigentlich nur Dialog ist, großteils. Plus dann halt noch diesen einen Nachfolgerfilm, der ein bisschen später spielt. Warte mal, vier, fünf. Ich lege mich gerade nochmal durch. Ich hatte auf jeden Fall Kommentare gelesen, als die Ankündigung von Crunchyroll kam, dass sich Leute beschwert haben, dass dann da immer noch was fehlt. Ah, okay. Ja, nach dem achten Film gab es noch einen. Es gab noch einen. Ah, waren das sieben Originale? Habe ich das falsche Erinnerung gehabt mit sechs? Also, ich gucke jetzt hier gerade auf meine Anime-Liste. Sind eins bis acht, sind alle so nummeriert. Okay. Und dann der neunte, Garden of Sinners Recalled Out Summer ist nicht nummeriert und der fehlt auch in Deutschland. Ja, ja, das ist auch dieses Special, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe die nie gesehen. Ich muss nochmal nachgucken. Ich muss nochmal nachgucken. Ich bin, ey, so ist der Weile her. Es tut mir leid. Mirai Fukuden. Im Japanischen. Ja, ja, das war das Ding, was später kam. Das war so ein Special. Das war aber gut. Das war nur dieses Extra-Gerät da, wo sie eigentlich nur voreinander im Schnee stehen und miteinander schwatzen. Das war irgendwie, das war eine Zeitverschwendung. Okay. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, und Late Backers gibt es auch. Ist ein Film irgendwie, den ich auch nicht kenne. Also geht nur eine Stunde lang. Keine Ahnung, was das wirklich ist. Nie von gehört. Aber es gibt es. Late Backers. Also Get Backers kenne ich. Get Backers kenne ich auch. Late Backers ist schon wieder was anderes. Hm. Na jo. Und auch noch eine tragische und aber auch verständliche Nachricht. Das Akiva Pass Festival 2022 wird verschoben. Das sollte jetzt ursprünglich Anfang bis Mitte Februar stattfinden. 5. bis 20. Ja. In sechs verschiedenen Städten. Aber ihr habt hier die Inzidenzen gesehen. Ja. Dann wisst ihr, warum es verschoben wurde. Es wird ja nur noch kälter. Es ist nicht so, dass es wärmer wird im Februar. Hm. Naja. Irgendwann im Frühjahr soll es dann aber noch stattfinden. Also irgendwann im Frühling dann. Ah ja. Wenn bis dahin wieder alles besser aussieht. Ich mein, wer weiß. Wer weiß. Ich mein, Hoffnung stirbt zuletzt. Kann ja sein, dass Deutschland auf einmal so richtigen Hunger bekommt aufs Boostern. Und dann sind wir alle geschützt. Naja, ich glaub's auch nicht. Aber trotzdem. Aber vor allem werden alle Querdenker bekehrt. Über Nacht. Gut. Kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da gibt's eine, die kam gerade mal einen Tag nach unserer letzten Aufnahme. Und da war ich schon sehr, 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 sehr froh drum um diese Ankündigungen. Golden Kamui bekommt eine vierte Staffel. Boom. Shagalaga. Ja, die soll dann irgendwann im nächsten Jahr rauskommen. Es gibt einen ersten kurzen Teaser, der zumindest einen kleinen Eindruck schon mal liefert, wie die Serie jetzt aussieht. Denn es gibt einen Staff-Wechsel. Die Serie wird nicht mehr bei Genostudio produziert, die ja aus ehemaligen Manglobe-Leuten besteht. Sondern bei Brainspace, die ja jetzt letztens unter anderem To Your Eternity gemacht haben. Und Regie wird auch übergeben. Das macht jetzt Shizu Takasugahara. Der hat zuvor D-Frag-Regie geführt. Und Rinne, eine der neueren Serien von hier der Inuyasha-Dame. Takahashi? Ja. Ja, und der übernimmt jetzt Regie bei der vierten Staffel von Golden Kamui. Also wenn man in den Trailer so reinguckt, sieht das definitiv nicht schlechter aus. Es war aber eine richtig schöne Geschichte, wie das Studio sich gesteigert hat von Staffel zu Staffel bei Golden Kamui. Absolut. Man muss sich nur noch die erste Staffel erinnern, damit es den Wäldern, den grob geskizzierten und den Bärchen. Und der CGI-Bär, ja. Ja, meine Schnuten. Es ist schon um einiges nach oben gegangen, die ganze Serie. Wobei, also selbst dann am Ende der dritten Staffel war das nie eine Serie, die ich irgendwie für Sakuga oder so geguckt hätte. Weil die Momente hat es halt einfach nicht so wirklich. Dementsprechend, auch wenn man sich diesen ersten Teaser jetzt anschaut, es sieht auch nicht so anders aus. Also, solange die halt einfach dabei bleiben, die Originalvorlage gut zu adaptieren und Noburo Takagi wird sich weiterhin die Skripte angucken, der das auch vorher bereits gemacht hat bei den vorherigen Staffeln und unter anderem auch bei Doradada. Glaube ich, wird das eigentlich weiter gut laufen. Also, rein gefühlsmäßig, so richtig große Stilschwankungen passieren weniger, habe ich das Gefühl, in der heutigen Anime-Landschaft, wenn es in ein anderes Studio abgegeben wird. Das habe ich anders in Erinnerung, zum Beispiel in der späten 90er und Anfang der 2000er. Aber ich... Ja, ich meine Seven Deadly Sins, Attack on Titan. Seven Deadly Sins ist aber wirklich eine Ausnahme. Und Attack on Titan, der Zeichenstil der Charaktere. Auch wenn das Studio sich geändert hat, ich finde nicht, dass der sich irgendwie geändert hätte. Ah, ich finde, das sieht schon anders aus. Ja? Ja. Okay, vielleicht ist es dann Geschmackssache. No jo. Ah ja, ich freue mich auf jeden Fall. Gordon Carmel, super gute Serie, wirklich. Wenn ihr es immer noch nicht geschaut habt, dann unbedingt angucken. Was haben wir noch? Netflix hat neun Filme angekündigt. Und das ist einfach so, also das Darf davon ist wirklich die Creme de la Creme. Das ist unglaublich. Bubble heißt der Film. Wirklich einfach nur Bubble. Der soll am 28. April erscheinen. Und der Drehbuch geschrieben von Gen Urobuchi, der auch Madoka Magica, Psychopath, die Novel zu Fate Zero geschrieben hat. Regie geführt von Tetsuro Araki, Regisseur von Attack on Titan, Carbonary of the Iron Fortress. Charakter Designs von Takeshi Obata, Death Note, Platinum End, Bakuman. Soundtrack, Hiroyuki Sabano, Attack on Titan, 86, Guilty Crown. Weißt du, da kriegst du schon Angst, dass das wahrscheinlich was oberflächlich ist, weil wo sie einfach nur mit Star-Power holen wollen. Aber nein, da guckst du dir den Trailer an und denkst dir auch so, okay, das könnte was werden. Das sieht sehr interessant aus. Ja, ja, also das sieht wirklich geil aus. Studio übrigens, Wait Studio, also auch die Leute wieder hinter Attack on Titan, zumindest halt bis es MAPA übernommen hat. Ja, das ist, also wie soll ich mal das bezeichnen? Freerunning in einer Welt, wo Schwerkraft irgendwie durchgedreht ist und es ist bunt und es sieht geil aus und stylisch. Und ich habe aber keine Ahnung, was der Plot sein soll. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Es sieht aber, es sieht wirklich cool aus. Es ist irgendwie eine Katastrophe passiert. Ein Haufen junge Leute haben halt ihre Eltern verloren und diese jungen Leute sind jetzt irgendwie zu Runnern geworden, die halt von Dach zu Dach hüpfen mit einer leichteren Schwerkraft. Und dann schweben da halt irgendwie so Blasen rum, die auch nochmal die Schwerkraft extra beeinflussen. Seifenblasen, ja. Ja, es sieht sehr, sehr faszinierend aus. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Very nice. Also, ja, also der Trailer sieht halt auch einfach Hammer aus. Das ist eine großartige Kombination aus 2D und 3D. Also tolle 3D Hintergründe und die Handanimationen sind da super eingefügt. Das könnte wirklich ganz cool werden. Ja. Dann, fünfte Staffel von Yowamushi Paddle wurde angekündigt für den Oktober 2022. Fünfte Staffel, ne? Wenn du überlegst, dass Fahrradfahren teilweise mehr abgeht als Fußball oder sonstige andere Sachen. Fünfte Staffel. Das ist auch so eine Serie, von der höre ich auch nie. Also selbst als sie damals gelaufen ist. Das hat irgendwie so eine treue Fanbase, die in den Schatten lebt. In den Schatten. Aber ja, wer mehr Fahrrad-Action will, Oktober 2022 geht's wieder los. Mehr Infos wurden bisher noch nicht weiter rausgegeben. Dann, Studio Pornhawk meldet sich auch mit einem neuen Film. Und die machen weiter in der Tradition quasi dieses neuen jungen Ghibli-Ablegers quasi. Und adaptieren einen klassischen Roman von A.F. Harold namens Imaginary. The Imaginary. Und da gibt's jetzt auch bereits einen ersten kleinen Teaser, der einem jetzt halt auch nicht wirklich was sagt. Bei dem Ding geht es darum, um Roger. Und das ist ein imaginärer Freund von einem kleinen Kind. Und niemand kann halt diesen Roger sehen. Er ist halt ein imaginärer Freund. Aber dann kommt plötzlich der böse Mr. Bunting. Und der zieht bei Amanda, das heißt das Kind, ein. Und das ist ein Jäger von den Imaginären. Und Roger ist jetzt auf der Flucht von diesem Imaginären. Das klingt sehr interessant eigentlich. Weißt du, ich find das toll, dass sie diese Kinderliteratur, diese ausgezeichnete, dann wieder verfilmen. So World Masterpiece, Fiatermäßig. Das mir dabei grad voll einfällt, aus irgendeinem Grund, hat nichts wirklich damit zu tun. Aber ich hätte auch mal gern so eine Langfassung von Michael Endes und Endliche Geschichte. Ich meine, ich mag den Film aus den 80ern sehr. Aber der war schon eine geraffte und schon stark veränderte Fassung von dem Buch. Und die volle epische Langfassung als Anime-Serie von Studio Pornhoc. Boah, da würde ich aber sowas von abgehen drauf. Also es gibt einige noch Kinderbücher, in Anführungszeichen, die volles Potenzial hätten. Absolut. Und ich schätze mal, dass Pornhoc das in Zukunft auch weiter machen wird. Geil. Jetzt haben wir halt hier die Imaginary, Regie geführt von Yoshiyuki Momose, der bei Ni No Kuni den Film dazu Regie geführt hat. Und letztens bei diesem Olympic-Short, den Pornhoc gemacht hatte. Tomorrow's Leaves hieß der. Der war nett. Den war nett. Den hab ich mir auf YouTube angesehen. Der war schön. Ja, der war wirklich schön. Also kann man bestimmt auch wieder einen ganz schönen, ansehnlichen Film erwarten. Und so. Was haben wir noch? Megaton Musashi bekommt eine zweite Staffel. Das haben wir noch. Und zwar ist es das aktuelle Projekt von Level 5. Level 5, das sind die Leute verantwortlich für die Yo-Kai Watch-Spiele, für die Inazuma Eleven-Spiele, für Ni No Kuni, die Spiele. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Spiel zu Megaton Musashi irgendwie mal mittlerweile draußen ist oder so, weil das war auch ein Hin und Her. Ah, es ist anscheinend rausgekommen tatsächlich am 11. November mittlerweile. Nicht schlecht und ich hab's nicht mitgekriegt. Gut, aber aktuell läuft halt auch noch dieser Anime dazu. Das war halt so von vornherein wieder geplant als Multimedia-Franchise. Tatsächlich der Gründer und Präsident von Level 5 ist auch Regisseur von dem Megaton Musashi-Anime und Drehbuchautor. Ja, und ja, da wurde jetzt angekündigt, dass das Ganze im nächsten Herbst, also dann im Herbst 2022, eine zweite Staffel bekommen wird. Das scheint die erste wohl halbwegs angekommen zu sein. Auch wenn ich ehrlich gesagt komplett vergessen hab, dass das Ding existiert. Ich hab auch noch nicht reingeschaut, aber es scheint ja schon ein Projekt der Leidenschaft zu sein. Es ist halt Teil der kleinen Mecha-Offensive diese Saison. Da sind ja ein paar Titel, wie zum Beispiel Muffluff Alternative und dieses neue Amain at the Borderline. Und das sind eine Menge Mecha für die heutige Zeit in einer Saison. Und ist eigentlich schon ganz nett. Mal sehen, vielleicht guck ich da auch mal rein. Jo. So, und zu guter Letzt der 30. Film mittlerweile zu Krayon Shinshan. Gibt's jetzt Informationen zu, beziehungsweise, wo er so re-realt, wie er heißt, wie er aussieht. Und zwar, da Mononoke Ninja Shinputin ist der Name. Ja. Es gibt einen kurzen Teaser, wo man bereits ein bisschen Ninja-Action sieht von dem lieben Shinusuke. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich mein, es ist Shin-Chan, ne? Es ist halt Shin-Chan, ja. Es sieht wieder nach einem üblichen Shin-Chan-Film aus. Es fängt auf so eine bisschen emotionalere Note fast schon an. Dieser kleine Teaser. Es wird auch irgendwie um das Geheimnis hin, da, äh, Shinoskis Geburt gehen. Ähm, wo ich mich frage, in welche Richtung sie damit gehen. Ähm, ich mein, ich fänd's natürlich schön, wenn sie wieder in eine ernste Richtung gehen würden. Da fand ich ja den 9. und den 22. Film war das, glaub ich, mit dem Roboter-Dad. Sehr, 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 sehr schön, als sie das gemacht hatten. Ähm, das, das wäre eigentlich ganz schön, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, alle 10 Filme kommt mal ein emotionaler Shin-Chan-Film oder sowas. Ja, aber es, es, es sieht, es sieht halt, ja, ganz verspielt, ganz nett aus. Äh, Regie führt diesmal Masakasui Hashimoto, der gemeinsam mit dem, äh, üblichen Scriptwriter von, von der Shin-Chan-Serie das Drehbuch schreibt. Der hat vorher Tari-Tari-Regie geführt und der Paredan-Man und auch, äh, bereits mehrere Shin-Chan-Filme. Den 25., den 27., den, äh, äh, 23. Oh ja, okay. Der, der, der weiß Bescheid. Ja. Der weiß Bescheid, genau. Und genau, am April 22., am 22. April, da soll es rauskommen, in Japan, in den Kinos. Gut, gut. Gut. Wir haben noch ein paar Infos, also ein paar viele Infos zu ganz vielen verschiedenen Dingen. Unter anderem, Gundamu, ähm, Heavyweight, der zweite Film, hat jetzt der Produzent gesagt, dass es so aussieht, dass wir den nicht vor 2024 bekommen. Weißt du, das enttäuscht mich viel mehr, als ich dachte. Du weißt ja vielleicht vom Animus in einem Podcast, dass meine Meinung über Hathaway nur so im Mittelmaß sich befindet, aber trotzdem ist es furchtbar interessant. Ich möchte gleich gerne wissen, wie es weitergeht. Du musst nicht so lange warten. Ja, also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es so lange noch dauert. Ich hätte jetzt vielleicht gehofft, dass sie diese Filme schon in der Pipeline hätten, wo halt der erste so häufig verschoben wurde. Aber ja, also der Produzent Naohiro Ogata hat jetzt halt gesagt, in einem Event, wo die 4K Blu-ray Disc vorgestellt wurde, dass vor 2024 das wahrscheinlich nichts wird. Und eben auch, weil der Film in Australien spielt und sie kein, ähm, ja, Sightseeing machen können in Australien, um, 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 ja, sich die Gegend anzugucken, sich inspirieren zu lassen und, und was man für Hintergründe zeichnet und so weiter. Das ist ja schon einigermaßen wichtig eigentlich auch. Aber er hat gesagt, dass er einen Flugsimulator bisher genutzt hat, um sich mal in Australien ein bisschen umzugucken. Ich meine, ähm, wie heißt es nochmal? Die Google-Street-View-Angelegenheit ist auch eine ganze Menge in Australien sozusagen sichtbar. Aber trotzdem, ich kann es nachvollziehen, warum Leute da hingehen möchten, um ihre eigenen Fotos zu schießen und es im echten Licht zu sehen. Das ist schon was anderes, ja. Äh, ja, naja, mal sehen. Wobei halt deswegen den ganzen Film, um On Hold zu, zu packen, weiß ich halt auch nicht. Aber müssen die selber wissen. Wahrscheinlich gibt es noch andere Gründe und das ist nur einer, den sie von der Drangshow behaben. Das kann sein, ja. Ja. Gut. Ähm, wir haben noch einen neuen Idol-Anime. Ich habe das Gefühl, dass ich darüber in letzter Zeit wieder ziemlich häufig hier irgendwie reden muss. Letztes Mal hatten wir einiges an Idol-Anime. Ja. Ja, und zwar Healer Girls, ähm, heißt das Ding, beziehungsweise Healer Girl. Und das wird halt Regie geführt von, äh, von Yasuhiro Irei, der Fullmetal Alchemist Brotherhood Regie geführt hat. Und, ähm, Kurawa Phantom Memory, beides bei Bones. Das Ding wird bei Studio 3 Herz gemacht jetzt, dieses Healer Girl. Das wurde schon von einer längeren Zeit mal irgendwie angekündigt. Und jetzt haben wir einen ersten Eindruck davon in Form des Openings, was, äh, online gestellt wurde. Auch bereits mit dem Song dazu. Das Ganze, äh, fokussiert sich halt auf eine Idol-Band, die es auch so in der Realität gibt. Die heißt halt auch Healer Girls. Ähm, und die wurde, glaube ich, auch, weil das Ganze so ein Multimedien-Projekt ist, wieder mal, äh, so, so mehr oder weniger quasi für den Anime gegründet. Und diese Mädels, die halt dementsprechend diese Idol-Gruppe ausmachen, singen halt auch in dem Ding und, und sprechen die Hauptfiguren und so weiter. Hm. Ähm, also, allein technisch ist die Vorschau wirklich mit Vollgas da reingegangen, ne? Die Mädels fliegen da durch die Luft in so, äh, weiten Roben. Und die, alles ist von Hand fantastisch animiert. Die bewegen sich so wunderbar in der Luft, in den Wind. Und natürlich die, äh, komplett Hand animiert, das Gesangs- und Tanks-Anlage. Das, äh, ich glaube aber nicht, dass die die ganze Serie durchhalten, oder? Das wäre ja schon heftig. Das wäre ja schon wirklich heftig. Ja, das, äh... Wenn ich das mache, dann gucke selbst ich's mich an. Ja, äh, also, es sieht halt ganz putzig aus. Es sieht, ähm, halt auch sehr typisch aus. Eigentlich fast so nach so einem Drei-Herz-Ding. Das hat sehr den Stil, auch wie, äh, Princess Principal. Wobei es, äh, die, die Original-Character-Designs nicht von... Ähm, dem Zeichner von Kinos Reise.com. Äh, sondern, äh, von Yuki Akiya, der diese Designs, ähm, quasi umgewandelt hatte. In Anime-Form von, bei Princess Principal. Ähm, und auch bei Celestial Method und Codebreaker. Ähm, also, wirklich ist, 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 ist top animiert, das Ding. Mal sehen, wie der Rest halt aussieht. Und, um was es dann eigentlich so wirklich geht in dem Ding. Ähm, wo... Also, irgendwie halt um Highschool-Mädchen, die Leute heilen mit ihrem Gesang. Mal sehen, was das halt heißt. Jo. Ja. Da müssen wir noch abwarten. Im, äh, äh, Spring 2022. Also, Frühling. Da geht's los. Nicht lang hin. Ja. Auch nicht lang hin ist es bis 2022. Ist nämlich nur noch ein Monat. Und irgendwann in diesem Jahr soll dann Yakuza's Guide to Babysitting rauskommen. Ähm, hat man auch schon mal irgendwann vorgestellt in der Vergangenheit, halt, als der neu angekündigt wurde. Und jetzt gibt's halt ein paar Informationen dazu. Ähm, wie gesagt, unter anderem, dass ja irgendwann 2022 kommen soll. Eine Season haben sie jetzt aber noch nicht genannt. Ähm, und wer das Ganze macht, haben sie jetzt aber gesagt. Und dann meldet sich Studio Gaina auch mal wieder. Ja. Oho. Viel und Gaina, äh, produzieren das gemeinsam. Also, machen gemeinsam die Hauptanimationen. Und als Regisseur haben wir Itsuro Kawasaki, Regisseur von Tsukyotari Animation. Ist auch wieder so ein, so ein Male-Idol-Ding diesmal. Und Cardfight Vanguard. Ah, baba, baba. Ja. Also, Studio Gaina meint jetzt schon, es ist deine Stunde, ne? Das will ja dieses Jahr ziemlich abgehen hier. Mehr als nur eine Sache machen. Gut. Das andere jetzt hier mit den Mädels, die, äh, äh, die, die, die Pachinko, also, ne? Ich glaube, dass das auch ein Short ist. Ja. Das ist wahrscheinlich kein voller Anime. Also, das hier, das könnte eigentlich auch als Short durchgehen, oder? Also, ja, von der Prämisse, ja gut, vielleicht schon. Aber es könnte auch, glaube ich, ein normales Life of Life, so mit 24 Minuten Folgen sein. So, Yakuza, der halt auf das Kind von seinem Boss aufpassen muss. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ja. Ähm, Beastars haben wir auch neue Informationen, jetzt nicht so viele. Wir wissen aber jetzt, dass die dritte Staffel die Netflix geordert hat und dann, ich schätze mal, irgendwann 2022 rauskommt, wissen wir halt wie gesagt noch nicht, dass das die letzte sein wird, haben sie jetzt bekannt gegeben. Mhm, 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 gut, ja, gut, schön, passt auch. Schöne abgeschlossene Geschichte, wunderschön. Also, es passt auch perfekt vom Pacing, das erste, erste Staffel hatte so sieben Volumes adaptiert, die zweite dann nochmal so sieben und insgesamt hat es, glaube ich, nur 21 oder 22 Volumes, Beastars. Von dem Entsprechend passt es perfekt rein, quasi. Super. Ich gucke gerade nochmal, wie viele Volumes waren es, insgesamt 22, siehste? Habe ich es doch gewusst. Passt. Ja. Mehr wissen wir halt dazu auch nicht, haben sie jetzt halber nur so random rausgehauen. Dropkick on my Devil ist auch so ein Ding, was überraschenderweise nicht sterben möchte. Äh, genau so wie der Hauptkalker. Da kommt jetzt eine dritte Staffel, ähm, also da wurde jetzt bekannt gegeben, dass die dritte Staffel 2022 im Sommer kommen soll. Ich weiß nicht, ob die diesmal wieder gecrowdfundet wurde, das war ja bei der zweiten Staffel der Fall, weil das Ding irgendwie anscheinend eine sehr, sehr treue Fanbase zu haben gescheiden. Äh, geile Sache. Und ja, wie gesagt, da gab es jetzt die Information, im Sommer 2022 geht's los, das ist dann auch schon das 10th Anniversary, das 10-jährige vom originalen Manga. Es überrascht mich, dass der so alt ist tatsächlich. Ähm, und, finde ich auch lustig, haben auch bekannt gegeben, es gab so eine Audition so für eine neue, größere Rolle in der dritten Staffel von einer Vampirin, die dazukommen wird. Und da wurde jetzt bekannt gegeben, dass eine V-Tuberin das gewonnen hat, Asano Ruri. War ich vorhin mal auf der Seite, gehört auch zu irgendeinem kleineren, äh, V-Tuber-Zusammenschluss, hat aber auch 100, 170.000 Abonnenten, ist jetzt nicht so klein. Ähm, hat auch ab und zu schon mal was zumindest mit den Leuten von Holostars gemacht, das hab ich da nur gesehen, also der männlichen Brigade von Hololive. Ah, okay. Ja. Auch nicht schlecht. V-Tuber dominieren die Welt. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon ein paar tausend V-Tuber, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ein paar tausend. Zehntausend. Also, auf jeden Fall mehr als tausend große, das hab ich irgendwann letztes Mal gesehen. Also, tausend Leute, die damit wirklich eine Karriere gemacht haben. Das ist schon mal ein schöner Pool, ne? Da kann man schon auch Talent rausbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, da sind ein oder zwei darunter, die können da auch Anime sprechen. Definitiv. Also, da gab's ja jetzt letztens eine Geschichte, die hatten wir jetzt hier gar nicht drin, weil ich die in der Woche einfach tatsächlich vergessen hab. Ähm, Nene spricht in der, ähm, Serie hier mit dem Assassinen, ähm, der Assassin, Reborn as a Aristocrat, äh, irgendwie so. Ähm, sprich, die eine wichtigere Nebenfigur, die ab Episode 6 vorkommt. Und lustigerweise, weil China ja was gegen Modolive hat nach der, äh, ganzen Taiwan-Geschichte, ähm, ist diese Figur komplett aus der chinesischen Fassung rausgeschnitten. Hä? Wie funktioniert die da noch? Ich weiß es nicht. Ich hab halt nur Screenshots gesehen und die sehen echt witzig aus, weil du halt diese Kameraeinstellung hast, weil die spricht irgendwie so ein Paar von, also die spricht eine Schwester von irgendwie halt so, so zwei Schwestern, die immer so gemeinsam unterwegs sind und so durch dick und dünn gehen. Und du siehst halt, dass auch immer die Bilder auch so eingestellt sind, dass eigentlich immer beide dann im Screen zu sehen sind. Und in der chinesischen Fassung ist dann halt immer links oder rechts halt einfach leer. Okay. Ist das wirklich faszinierend? Naja. Naja, naja, naja. Ja. Gut, ähm, wo wir beim Thema Kickstarter waren, ist jetzt, ähm, auch einer, äh, dabei zu starten. Ähm, oder ist er gestartet? Warte, lass es nicht, dass ich hier was falsch verstehe. Ähm, ja genau, dabei zu starten im Februar 2022 für Open Star Racers. Das war eine französisch-japanische Koproduktion mit, ähm, ja, Thomas Hollomaine, ähm, und dem Chor-Resulteur der Serie Stavine Yatman-Eifel, der halt jetzt bekannt gegeben hat, dass er vorhat, ähm, Februar 2022 eine Kickstarter-Kampagne zu starten, um eine Blu-ray der Serie zu finanzieren. Puh, ähm, das Ding ist doch aus der Mitte der 2000er. Haben Sie das wirklich in HD-Material? Das wäre cool. Es scheint auf jeden Fall so zu sein. Es sagt, dass es in HD in 4 zu 3, äh, das Material dann wäre. Und das in elf, äh, Sprachen auch tatsächlich. Hm. Ja. Ich schätze mal, die deutsche Synchro wäre dann da wahrscheinlich auch drauf auf dieser Disc. Doch. Wäre mal was, ne? Ja. Also, klar, das ist ein bisschen nischiger, aber hey, wir lieben unsere Nische, ne? Absolut. Ich wollte den auch schon nochmal sehen. Ich finde, äh, es ist interessant. Also, gerade zu dieser Zeit gab es da ganz interessante, so, Co-Produktionen und sowas. Oder auch, äh, einfach japanisch inspirierte, äh, Serien dann aus, aus irgendwie Taiwan oder, oder, ähm, auch aus, aus Frankreich selber oder Belgien. Ich kann mich noch grob erinnern, dass das, äh, die 3D-Effekte halt nicht so umwerfend war, aber klar, ich meine, in der Zeit. 2006. Ja. Ja. Auf jeden Fall, äh, bin ich mal gespannt, wie gut das Ganze dann laufen wird. Ja. So. Hahaha. Das nächste ist sehr, sehr witzig. Was zum Geier? Netflix hat heute früh, an dem Tag, wo wir aufnehmen, den 10. äh, 12. bekannt gegeben, dass sie, ähm, Cowboy Bebop canceln. Das war's. Okay. Gleich mal, also, weißt du was, es ist fast schon ein wenig komisch. Netflix hat so viel Zeugs produziert, das nicht irgendwie kritisch so super ankam. Aber dann trotzdem zweite und dritte Staffeln nachgezogen haben. Aber das hier scheint eine andere Situation zu sein. Oh, ich bick mal auf, bekommt irgendwie immer noch Staffeln. Hahaha. Ja. Ich find's auch faszinierend. So, so, Netflix produziert so viel Scheiße. Und bei Cowboy Bebop ziehen sie dann den Strich. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Da muss der Stöpsel gezogen werden. Hahaha. Hm. Ja. Äh, ich mein, vielleicht haben sie wirklich Angst, dass es halt einfach gar keinen gefallen hat, so, und dann halt auf eine zweite Staffel im Prinzip keiner mehr gucken würde. Weil sie berichten ja schon von einigermaßen guten Zahlen bei der ersten Staffel. Aber das macht Netflix quasi immer. Hm. Weißt du, die reden immer von tollen Zahlen, weil sie sich selber irgendwie schön hinreden. Ähm. Ah, natürlich, natürlich will man sein eigenes Ego streichen und sagen, ne, das Cowboy Bebop ist halt ein Sonderfall. Das ist halt ein größeres Ding. Und da war auch der, 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 der Rapport der Fangemeinde weitaus größer. Ich mein, die ganzen Kritiker-Videos auf YouTube, die sprechen Bände, ne. Ja, ja, ja. Ah, das tut mir leid für das Trio an Hauptcharaktere, weil das war ein guter Schauspieler für die Rollen. Aber naja. Hm. Hm. Es ist, ja. Es ist echt ein Erfluch, ne. Es wird irgendwie nichts wirklich mit dem Großetablieren von Realverfilmungen von Animes, ne. Nee. Wirklich nicht. Auch wenn ab und zu mal gescheite dabei sind, sie reichen nicht, um irgendwie hier so ein so ein Zenit zu überschreiten. Hm. Ich bin wirklich gespannt auf One Piece. Ich bin wirklich gespannt auf One Piece. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh man. Gut. Was haben wir noch? Netflix hat sich auch, aber ein Anime gesichert namens Child of Kamiari. Der Trailer ist offline genommen worden. Als ich den, heute früh konnte ich den noch sehen. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. Das ist ein Film, der ist jetzt, der ist in Japan dieses Jahr bereits gestartet, am 8. Oktober. Jetzt hat Netflix halt lizenziert für den internationalen Markt. Am 8. Februar sollte er dann international zu sehen sein. Und das ist ein Film, produziert bei Lindenfilms, auch mit Therese Schoen, die da halt normalerweise arbeiten. Sheer and Hercat haben die gemacht. Also das, äh, die, die Neuauflage davon. Ähm, und, ja, keine Ahnung, was. Ich, 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 ich hab auch ehrlich gesagt von den Filmen zuvor tatsächlich nie gehört, aber wir fanden den Trailer jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, so. Der, der, ähm, geht in viele mystische Aspekte so hinein. Ähm, da sieht man auch diesen, so einen typischen chinesischen langen Drachen, ne, wie ihn vielleicht viele aus Dragon Ball ja kennen, ähm, und es sah wirklich halt nicht so uninteressant aus. Es geht im Prinzip um eine Reise von einem Oni, also einem Jungen, der anscheinend irgendwie halb Mensch, halb Oni ist, ähm, nach Isomo. Da ist im Oktober nämlich immer der Monat der Götter. Hm, das ist natürlich, äh, sehr klassische japanische Mythologie-Zeugs, ne, und es ist wahrscheinlich auch eher an ein jüngeres Publikum gerichtet, oder? Oder sieht das nur so aus vom Postal? Ja, weil, vom Trailer kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich einschätzen. Okay, okay, dann meine ich das vielleicht nur. Ja, es war so, ja, ich hab den halt, wie gesagt, nicht gesehen, noch nie was davon gehört, aber schlecht sah der Trailer jetzt nicht aus. Mal sehen, was es dann letzten Endes wird. Schade, dass sie den Trailer anscheinend aktuell wieder runtergenommen haben. Hm. Vielleicht haben sie ihn auch neu hochgeladen oder so, aber den kann ich dir jetzt gerade nicht zeigen. Naja, passiert. Passiert. Vielleicht gibt's ihn ja wieder, wenn ihr das hier gerade hört, dann könnt ihr danach googeln. Ähm, auch einen Trailer gibt's zu einem der, der, dem, dem anderen Golf-Anime. Ja, jetzt hat der zweite auch einen, einen Trailer. Ja. Birdie Wing Golf Girls Story, ähm, ist ja das Ding, was zumindest ein bisschen ernster aussah, was ein bisschen erwachsener aussah, was bei Bandai Namco gemacht wird. Und da gibt's jetzt einen ersten Teaser, der eine Minute lang geht. Und ich find das blonde Mädchen ganz schön hübsch, muss ich mal sagen. Ich find die Charakter-Design cool. Es sieht hübsch aus, dieser Trailer. Er hat aber irgendwie so leichte Parallelen zu dem anderen Golf-Anime, besonders in der Farbgebung. Gute Güte ist das Grasgrün. Stimmt, das stimmt, ja. Ich würd's sagen, so, dass, äh, die Lichteffekte, die Lichtstimmung ist schon ein bisschen anders. Ähm, die, bei diesem Joestar-Ding kam mir das Ganze ein bisschen mehr so in die Richtung vor, wie normalerweise die Lichtstimmung auch in einem UFO-Table-Anime so in die Richtung geht. Ähm. Okay, würdest du das sagen, okay. Ja. Bisschen grüßlich. Auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall ziemlich spannend aus, aber es ist immer noch Golf. Ich weiß nicht, also, klar, es ist Anime. Anime schafft einiges, ne, aber trotzdem, ich muss mal schauen, wie ich auf Golf reagiere. Ja, ich bin auch mal gespannt, weil, äh, bei dem anderen, das war halt wirklich so, so ein Cute-Girls-Dungen-Cute-Things-Ding. Und das hier sieht wirklich eher auch nach einem Drama aus, tatsächlich, würde ich fast schon sagen. Das sind ja zwei erwachsene, äh, junge Frauen, die da, die da ihrer Leidenschaft irgendwie nachgehen oder sowas. Mal sehen, in welche Richtung das geht. Ich glaube, tatsächlich, das wird ein bisschen ernst ausgerät. Hm. Könnte gut sein. Ja. Und eine letzte Nachricht haben wir noch, denn jetzt geht, ähm, ja, demnächst bald, oder wurde da überhaupt schon ein Datum angekündigt? Ich weiß es nicht. Es soll auf jeden Fall noch eine zweite Staffel ja zu The Misfits of Demon King Academy kommen. Das, äh, steht ja jetzt schon länger fest. Und da muss der Synchronsprecher für die Hauptrolle, für den Anos, ausgetauscht werden. Denn, ähm, der Tatsuhisa Suzuki, ähm, ist aktuell auf Hiatus. Der hat, das ist, es ist, es ist wirklich, im Vergleich zu anderen Geschichten, die wir teilweise in all den Jahren, die wir Anime Slam und sowas schon machen, gelesen haben, ist das hier fast schon lächerlich. Und, ähm, der hat halt im, im Januar, äh, 2020 sich mit Lisa verlobt, also der Sängerin. Und, ähm, dann ist irgendwie im Juli letztes Jahr, oder nee, dieses Jahr sogar, im Juli dieses Jahr irgendwie berichtet worden, dass er fremdgegangen wäre mit irgendwer einer anderen Frau. Und seitdem macht er jetzt halt Hiatus. Okay, äh, also, ähm, ist das jetzt einfach nur, weil man, typisch wie in japanischen Medien es halt mal ist, wenn irgendeiner durch den Skandal auffällt, dann verschwindet er vom Rampenlicht und, ja, später kommt er wieder und ist alles vergessen? Ich glaube, es ist einfach so, hier, äh, die habe einfach eher Stress und, äh, jetzt sind sie, jetzt sind sie einfach mental fertig und können nicht arbeiten. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich selbst auferlegt von, von Suzuki selbst, weil halt nur wegen einem angeblichen Ehebruch, wo nicht mal was feststeht. Ich habe ja keine Ahnung, was da hinten dran steht. Ich meine, die Leute sind auch unterschiedlich. Können ihnen da schon, äh, die Suppe versalzen, ne, und die Laune total. Kann, äh, kann ja gut sein. Ich meine, nicht jeder Mann ist so, oder jede Frau ist so, ne, so mental fest, dass du es einfach so wegsteckst. Ja, scheiße, mache ich halt meine Arbeit. Ja, keine Ahnung. Also, bei Lisa scheint es ein bisschen was Ernsteres zu sein. Die hat angekündigt, dass sie wegen, wegen Stress und so auch gerade ein Hiatus macht. Vielleicht machen sie Paartherapie jetzt, wer weiß. Mhm. Keine Ahnung. Es ist halt, ja, meinetwegen. Es ist ein bisschen scheiße, weißt du, weil ich fand eigentlich den, äh, den Sprecher passend und gut für die Rolle. Definitiv. War spaßig. Ja. Definitiv. Immer noch der, der Moment, wo er, wo er als Baby spricht, wo er seinen Namen dann sagt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Passiert. Also, wer jetzt der neue Sprecher wird, das ist jetzt, ich stelle an der Stelle noch nicht fest, das wird man dann irgendwann in Zukunft noch bekannt geben. Ähm, hallo nochmal. Keiko Nobomoto ist gestorben im Alter von 57 nach einem Kampf mit Speiseröhrenkrebs. Das hat der Autor Dai Sato bekannt gegeben. Ähm, Keiko Nobomoto dürften einige alteingesessene Anime-Fans tatsächlich kennen. Die hat, äh, hin und wieder mit Shinichi Robatamabe zusammengearbeitet, unter anderem bei Cowboy Bebop und bei Macross Plus. Da hat sie die Drehbücher geschrieben und auch viel, ähm, Original dazu beigetragen. Also, sie ist, ähm, wirklich, äh, hat da eine große Rolle gespielt, quasi, für die gesamte Storyline von, äh, Macross Plus und, äh, Cowboy Bebop und, ähm, hat auch ein komplett eigenes, äh, Originalwerk geschrieben, Wolf's Reign, das, äh, entstammt ihrem Kopf ganz allein. Ja. Und, ähm, Tokyo Godfathers hat sie das Drehbuch für geschrieben, für den Satoshi Kon-Film. Meine Güte, wenn du dir das überlegst, so ziemlich alles, was sie angepackt haben, ist ein absoluter Klassiker. Ja. Man gehört zu den besten Animes, die überhaupt produziert wurden. Das ist unglaublich. Schade, dass sie dann halt nach dem, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er nicht viel mehr gemacht hat, zumindest im Anime-Bereich. Ja, sie war im, im Live-Action-Bereich war so noch ein bisschen unterwegs, ähm, sehe ich hier gerade. Beyond Bucking Records 2012 unter anderem ist eine Serie über, äh, Sky-Jumping. Hm, okay. Ah, über Skispringen, über Skispringen. Ah, Skispringen und Sky-Jumping ist schon was anderes. Ja, 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 über Skispringen. Ja, boah, ist der, äh, meine Güte, das macht einen fertig. Weil, das waren wirklich, jeder einzelne Animal war umwerfend. Macros Plus ist einer, ist der beste Macros-Anime immer noch. Und ist wirklich einer von, äh, Watanabe ist auch Besten. Äh, Kaube-Büger brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Ja. Und Wolf's Reign ist auch super. Das ist ein sehr, sehr bedrückender, metagolischer Anime, aber der ist so exzellent von Anfang bis Ende. Und ist auch animations- und zeichentechnisch absolut überragend. Also, das ist einer von den guten alten Super-Klassikern. Schade, dass er nicht so bekannt ist. Er ist ein bisschen mehr Nische, ne? Ja, ich, also, ich bin's, äh, find's auch überraschend. Ich hab letztens noch, ähm, ein bisschen was über sie gelesen und auch geschrieben, weil, als jetzt diese Kaube-Web-Web-Serie rauskam, ähm, auf Netflix, gab's dann auch irgendwie so dumme Artikel, die irgendwie sagen wollten, so, boah, hier, das, äh, hat zwar viele Probleme, aber das Frauenbild ist viel, viel besser als in dem Original-Anime und dann dachte ich mir, so was, weil das Original ist von einer sehr, sehr kompetenten Frau geschrieben selbst, die auch schon sehr starke Frauenfiguren geschrieben hat und, ja, und, und das jetzt halt quasi zwei Wochen oder so, nach, nach, nachdem ich das alles mal recherchiert hatte, jetzt zu lesen plötzlich, dass sie gestorben ist, ist wirklich sehr, sehr schade. Also, sie hat, äh, einige wirklich gute Dinge gemacht, hat wirklich viel mit Watanabe zusammengearbeitet, sie hatten, äh, eine Folge von Samurai Shimploo auch geschrieben, ähm, vier Folgen von Space Dining geschrieben, ähm, ja, also, die, das müsst ihr echt mal ihre Recherchen machen, ja, besonders, du kannst einfach keine Vergleiche ziehen. Das Original-Couple Bebop, da sind die Charaktere so viel subtiler geschrieben und so viel mehr Tiefgang und Komplexität, besonders auch Faye Valentine, ja, das Mädel, der, das ist eine andere Angelegenheit. Oder auch in Makros Plus, das mögen zwar auf den ersten Blick vergleichsweise konservative Frauenrollen sein, weißt du, so ein bisschen die Femme Fatale und, äh, die, äh, ja, das Liebesinteresse, aber das ist nicht so. Da steckt ein riesen Berg hinter dran an Komplexität. Das sind keine flachen, äh, Figuren. Das, äh, das will ich von niemandem hören, so ein Blödsinn hier. Ja. Ja, da bleibt einem nicht viel mehr zu sagen, außer Ruhe und Frieden. Absolut. Viel zu früh von uns gegangen. Ja. Mit 57, da wäre noch ein bisschen, also, da wären noch einige Jahre möglich gewesen. Gut, dann machen wir an der Stelle auch schon wieder Schluss von unserem Nachwort. Ich weiß jetzt nicht, wo Matsu das hier reinschneidet, das wird er wahrscheinlich selber auch dann erst sehen. Irgendwie. Ähm, hoffentlich gibt's danach wieder bessere Laune. Wir hatten ja eigentlich nicht so viele schlechte News sonst im Podcast. Ja. So, wir haben noch ein bisschen was abseits so von dem ganzen Rest und, ähm, wo wir vorhin kurz bei dem Thema VTuber waren, hat jetzt das Urgestein quasi an VTubern, nicht die erste, aber definitiv die, die es populär gemacht hat, ähm, Kizuna Ai, bekannt gegeben, dass sie, ähm, auf unbestimmte Zeit pausieren wird. Hm. Und zwar, ähm, sie hat noch ein finales Konzert am 26. Februar, Kizuna Ai, The Last Life Hello World 2022, ist der volle Titel. Und, ähm, ja, dann danach erst mal Schluss. Sie ist jetzt kurz davor, die drei Millionen zu knacken, ich schätze mal, bis dahin hat sie sie dann noch, weil sie ist jetzt bei 2,99. Ähm, ich, äh, habe aber da noch gesehen, also als sie dann darüber geredet hat, warum sie auf Hiatus geht, hat sie unter anderem genannt. Und da dachte ich mir dann so, da habe ich innerlich laut geseufzt. Ähm, und zwar, äh, äh, dass sie ein großes Interesse an NFTs gewonnen hat und damit jetzt irgendwie arbeiten möchte. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich meine, die offizielle Angabe ist ja, dass sie, äh, sozusagen das ein bisschen umkramen wollen und weiterentwickeln wollen, ihre Geschäftsstrategie, ne? Ja, ja. Und, ja, sowas ist generell passiert manchmal, aber eher passiert es mal, wenn die, äh, nicht so super laufen oder nicht so zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Ähm, es ist ja nicht so, dass ob ihre Popularität einen Abbruch bekommen hätte. Sie ist ja immer stetig am Wachsen gewesen. Ja, halt sehr, sehr langsam mittlerweile, muss man einfach mal so sagen. Ich weiß halt nicht, wie gut es klickmäßig läuft, aber, äh, an sich hat sie ja fast drei Millionen Abonnenten, das sind nicht wenige. Also, mit solchen Zahlen und mit solch einer Beliebtheit kann man schon, äh, Karriere machen. Ich weiß, dass im Hinten, Hinten dran bei der Firma, äh, schon über die Jahre einiges gekriselt hat und ich, keine Ahnung, vielleicht, äh, hat sie einfach nur aus, ähm, wie heißt nochmal, kreativen Aspekten gedacht, ich muss, ich möchte das mal umwerfen, den ganzen Kram, ich möchte es neu aufziehen und anders aufmöbeln, wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht hat es irgendwie auch einen Geldgrund, ne, dass sie, äh, ein anderes Geschäftsmodell daraus machen wollen oder, äh, vielleicht ist es auch so, dass sie keinen Bock mehr hat auf den Kram und dann das ein, äh, längerer, eine längere Auszeit wird, ne? Ja. Ich meine, die macht das jetzt auch schon eine ganze Weile, irgendwann hat man halt auch keinen Bock mehr, also, so kann es ja auch sein und die hat ja als Synchronsprecherin jetzt irgendwie angefangen auch, also, also die Stimme hinter, hinter Kiesemarai. Ähm, ich bin gerade auf dem Kanal, die drei Millionen sind jetzt geknackt, herzene Neuschaft. Hm, ach ja, ich denke nicht, dass die, äh, dass die Stimme von Ai einfach so verschwinden wird. Naja, das glaube ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich nicht passiert, ne? Das glaube ich auch nicht. Alles andere ist Spekulation von unserer Seite, ja. Hi, Jo. Eine schöne Nachricht haben wir auch noch für Excel-Saga-Fans. Du! Da kenne ich vor allem einer, der, der das sehr, 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 sehr liebt, mit dem wir auch schon zwei Podcasts gemacht haben. Äh, das bekommt nämlich ein neues Kapitel, einen One-Shot, ähm, der 60 Seiten lang sein wird, ähm, der, äh, Januar 2022-Ausgabe von Young King Hours rauskommt, wo auch damals schon Excel-Saga gelaufen ist, zum, äh, 25. Jubiläum. Aber ja, das ist zwar niedlich, aber ein One-Shot ist, auch wenn es ein 60 Seiten-Gerät ist, ist einfach nur so, ne? Kannst doch ein ganzes Kapitel draus machen. Kannst doch ein ganzes, ganzes, äh, Sammelband draus machen, oder? Äh, komm schon, komm schon. Tja, mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Scheiße, was. Reicht dann auch schon wieder, mit den 60 Seiten. Wann ist es denn überhaupt zu Ende gegangen, Excel-Saga? Wie lange ist denn da die Pause dazwischen? Das ist ziemlich lang gelaufen, aber ich glaube, das war Ende der 2000er oder Anfang der 2010er oder irgendwas. Äh, was steht denn hier? 2011, sehe ich das richtig? Ich, äh, versuche auch gerade 2011. Ja, 2011. Dann lief's ja auch 15 Jahre. Also, ja, der Manga lief doch ziemlich, ziemlich lange. Ich meine, die, die Anime-Serie, die hat nur ein Viertel maximal von dem Zeugs irgendwie verwurstelt, obwohl die Anime-Serie hat auch ihr eigenes Ding gemacht. Ja. Gut, naja. Kommen wir zu den Oscars. Die, ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr so lang hin. Und da steht jetzt fest, welche Filme quasi zur Nominierung nominiert sind. Da gibt's ja immer noch diesen Vorprozess, dann gibt's die Nominierung und dann gibt's den Gewinner. Und jetzt halt in diesem Vorprozess steht halt fest, dass zum einen Belle von Mamoru Hosara nominiert werden kann. Fortune favors Lady Nikoko von Studio Figra Celsus. Hm. Jossi, the Tiger and the Fish. Was ja jetzt zuletzt auch bei uns in Deutschland hier im Kino lief von Bones. Ja. Ähm, der neue Film von Happy Science. Was? Warum? Ich weiß auch nicht. The Lost of the Universe, the Age of Elohim heißt der. Das, ähm. Dann noch haben wir Pompo, the Cinephile. Ähm, ist der nicht auch bei Studio Figra Celsus? Die haben, glaube ich, relativ viel in letzter Zeit gemacht. Ja, und die haben auch viel auf dieser List. Nee, Klepp, Klepp ist das. Okay. Trotzdem haben sie, also zwei war auf dieser Liste. Ja, zwei haben sie. Dann haben wir nämlich auch noch. Propel of Chimneytown. Ja. Und, ähm, aus Frankreich haben wir auch den Film zu Der Gipfel der Götter. Der ist auch bereit zur Nominierung. Sag mal, der ist doch jetzt auf Netflix abgerufbar, oder? Ich hab ihn schon gesehen. Hm. Ich muss ihn noch nachholen. Ist wirklich gut. Hm. Okay, okay. Jo. Ähm. Ich bin mal gespannt, ob einer davon es in den finalen Prozess diesmal schafft, beim letzten Oscars. Das hatten wir ja wirklich gar kein Anime. Obwohl auch da, glaube ich, gute zur Auswahl standen. Aber die Oscars sind irgendwie, also es ist richtig, ich fände es auch einfach komisch, so, dass die so eine komplette Aversion anscheinend irgendwie gegen Anime zu haben scheinen. Die kennen das halt einfach nicht, die Leute, die da in der Jury sind. Und dann wird sich damit halt auch nicht weiter beschäftigt, weil gefühlt ist jeder Hollywood-Mensch heute in der Jury. Aber man, äh, ich meine, ich hab auch keinerlei Erwartungen mehr. Ja. Oder irgendwelche Wertvorstellungen, was den Oscars angeht. Die Oscars verlieren einfach nur noch an Existenzberechtigung immer mehr und mehr. Leider, leider, aber so ist es. Hm. Hm. So, was haben wir noch? Ah. Ufotable, beziehungsweise Hikaru Kondo, der Gründer von Ufotable und der Representative Director. Da steht jetzt seine Strafe fest. Und zwar für die 138 Millionen Yen, die in Steuern hinterzogen wurden. 20 Monate im Gefängnis könnte er haben, wenn er sich jetzt für drei Jahre nicht benimmt. Die Bewährung kriegt er nämlich. Er kommt auf Bewährung raus, oder wie? Ja. Drei Jahre Bewährung, 20 Monate im Gefängnis, wenn nicht noch irgendwas anderes aufliegt. Also, das ist im Endeffekt ein Klapser auf die Hand, ne? Ja. Es geht halt alles so weiter wie sonst. Ich glaube mal nicht, dass er sich noch irgendwas anderes großartig erlaubt hat. Also würde ich jetzt mal hoffen. Ich meine, er ist ja zurückgetreten von seinen Posten bei Ufotable. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie er noch damit irgendwie zusammen drin hängt in der Firma. Ich glaube, der hat ja nicht seine Anteile von der Firma abgegeben oder sowas, ne? Ich glaube nicht, ne. Ja. Aber, naja, ist halt jetzt das Fazit losgezogen. Da haben wir sowieso Steuerhinterziehung irgendwie. Wenn es so die reicheren Leute machen, ist es nicht so schlimm. Ja. Also, ist aber wieder der Standard, ne? Ist auf der ganzen Welt so ein Mist, aber... Ja. Na gut. Und eine letzte kuriose Sache haben wir noch. Denn BMW E-Sports und Jung von Matt bringen einen Manga heraus. Okay. BMW E-Sports. Das muss ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Weil das war mir noch nicht bekannt, dass es so ein Ding war. Bayerische Motorwagen E-Sports. Ähm, und zwar, ähm, also, das ist ein Manga, der bereits auch digital läuft seit Anfang des Jahres, seit Januar. Ähm, und da geht's dann um, um, äh, E-Sport-Teams, die halt auch im Vertrag sind mit BMW, äh, wie Fnatic, Cloud9, äh, T1. Ähm, ich weiß halt nicht, in welchen, also, ob die generell da unter Vertrag stehen oder nur in gewissen Sportarten, weil in E-Sport bin ich mittlerweile auch nicht mehr so sehr drin. Ich hab mal irgendwie ein Jahr CS-Go geguckt und das war's. Ähm, und ich hab aber dann tatsächlich mal kurz reingeguckt, weil das gibt's auch immer noch online, ähm, auch komplett kostenlos auf Englisch. Ah, okay. Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus, so. Weißt du, es ist sowieso, es ist überraschend kompetent gezeichnet, aber... Ich find das sowieso geil, E-Sports-Manga, es ist halt irgendwie, hat das was, oder? Ja. Ja, also, wenn's jetzt irgendwie von kleineren Leuten kommen würde, ich mein, wenn's halt ein BMW macht, dann find ich das halt schon wieder irgendwie, betrachte ich das schon wieder mit größeren Augen, aber... Sehr kommerziell, ne? In dem Ding geht es um, ja, die ganzen Leute, die halt bei BMW unter Vertrag stehen und BMW stellt ihr neues Gaming-Setup vor mit einer neuen krassen Virtual-Reality-Brille oder neuen krassen Virtual-Reality-System, was sie da haben. Und da können sich dann diese ganzen Leute einklinken und sind dann quasi voll drin, wie bei Sword Art Online. Aber dann verschafft sich ein mysteriöser Hacker Zugang zu dieser Virtual-Reality-Welt und sorgt dafür, dass sie alle nicht mehr aus dem Gerät rauskommen und die, äh, Herausforderungen des, äh, die der Hacker stellt, äh, bewältigen müssen. Ja, ich mein, also, ja, da ist nix irgendwie Neues oder Überraschendes dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, äh, Leute ihren Spaß mithaben können, ne? Ja, aber wie gesagt, ich hab, kurz rein, das sieht tatsächlich überraschend kompetent gezeichnet aus, aber es ist auch tatsächlich von einem professionellen Manga-Kar, ähm, Aki Bright heißt die Person, ist aber ein Japaner oder eine Japanerin, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und, äh, hat unter anderem schon halt ein paar Sachen gezeichnet, also Shin-Henkei Shojo ist ein Manga, den die Person zeichnet, ähm, und, ja, hat ein paar Sachen so designt, also, ein Artbook auch rausgebracht namens Borderline, ähm, wenn man auf, man kann, die Person hat eine offizielle Webseite, wenn man da mal drauf guckt, die Zeichnungen, die, äh, da veröffentlicht werden, sehen halt schon ganz schön geil aus. Ja. Die sind wirklich, äh, ziemlich nice, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist wunderbar, exzellent. Ja, und dementsprechend sieht der Manga wirklich auf einem hohen Niveau aus und wenn man das dann halt irgendwie in gedruckter Form sich unbedingt gerne in sein Regal stellen möchte, bekommt man nächstes Jahr die Möglichkeit. Oh, Mann. Weißt du, ich, ich, ich hatte mal so richtig meinen Spaß, ich hab immer noch meinen Spaß mit E-Sports, wenn ich, äh, an die alte Quake-Zeit zurückdenke, weil, das ist ja, immer noch als Demos verfügbar und die Leute können das einfach nur, äh, im neuen, modernen Gewand rendern. Das ist, es ist, es macht Spaß zuzugucken, einigen Sachen, nur ich kann, ich konnte auch noch nie dem laufenden Zeugs folgen. Ich hab da keinerlei Überblick. Ist es mir auch zu kompliziert? Ich hab da auch keine Ahnung von, ich komm da auch nicht rein, das ist halt mit meines, ich spiel halt lieber selber. Ich mein, ich spiel halt sowieso keine kompetitiven Spiele, von daher ist mir das einfach zu egal. Als StarCraft II noch ein bisschen heißer war, da hab ich da öfters, äh, was geguckt von, aber auch schon so eine Weile nicht mehr. Ja, deswegen, ja, irgendwie, sowas könnte bei mir wieder Interesse hervorrufen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch diesen, äh, King's Avatar gesehen, diesen chinesischen Anime über, äh, Dings, E-Sports. Es hat mir trotzdem keinerlei Renaissance für mein E-Sports Interesse gebracht, also, naja, mal sehen. Na ja, das wär's auf jeden Fall von, äh, für heute gewesen von uns. Wir sind diesmal ziemlich pünktlich fertig, sehr gut, und, ähm, ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann, äh, jeden Mittwoch gibt's den normalen Rolling Sushi Podcast über Japan, und jeden zweiten Mittwoch gibt's auch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Jetzt in der Woche, wo der Podcast hier rauskommt, ähm, kommt auch die letzte Folge Anime Slam erstmal für das Jahr. Ich glaub, die News können wir einmal noch machen, danach müssen wir mal sehen. Jo. Ähm, ja, mehr, äh, bleibt mir dann auch nicht übrig, außer auf Wiederhören zu sagen. Tschüss. Tschüss.